Jetzt kommen wir direkt zu Havel, theoretisch, aber den traue ich mich ehrlich gesagt gerade noch nicht so zu machen. Was haben wir denn hier jetzt vor Leuchtfeuer in unmittelbarer Nähe? Wir könnten jetzt hier, glaube ich, ganz nach oben. Da haben wir dann den Schmied quasi freigeschaltet. Graswappenschild ist schon sehr cool, das ist definitiv, ja. Muss ich jetzt eigentlich theoretisch auch mal ausrüsten. Das muss ich mir echt mal ein bisschen, da unten ist ja noch ein Item gewesen. Das machen wir später. Was die beste war für ein DS1? Das Graswappenschild oder Deutsch? Was meinst du jetzt? Graswappenschild hat nicht 100%, ne? 95 hat das Ding. Ja. Das sieht jetzt alles aus, wenn ich es denn meine Fresse. Das ist ja nicht schlecht. So, ganz nach oben. Da hinten ist noch ein Item. Ne. Da kommen wir jetzt nämlich zu dem anderen Vieh. Zu dem Dämon zum Beispiel auch. Und ja, Stamina-Regeneration ist halt schon sehr cool. Das habe ich halt auch lange Zeit genutzt. Auch wenn es nur 95% hatte. So, ich bewege mich jetzt mal hierher. Da haben wir nur den. Jo, und ich bewege mich einfach mal weg von ihm, weil ich so ein bisschen Angst habe. Wir holen erstmal das Ding ins Kirchen da. Alles klar, Michi, bis nachher vielleicht. Wie gesagt, ansonsten einfach mal auf YouTube vorbeischauen. Das ist ja nicht so ganz wild. Falls du da ein bisschen Wasser passen solltest. Du empfiehlst nicht den Zweihänder zu skillen. Was empfiehlst du denn? Der Zweihänder ist super, auf jeden Fall. Aber der kostet halt schon sehr viele Punkte. Also wir sind Level 13, wenn wir den Zweihänder nutzen können. Die Frage ist, gibt es Items, die jetzt relativ früh erreichbar sind? Und dann dementsprechend noch was geben? Ne, das ist die Frage. Ah, scheiße. Wieder verlassen gedrückt. Bei Quinten muss ich parieren. Okay. Hat keine was mehr. Da freue ich mich schon sehr drauf. Na geil. Die Black Knight Hellebarde. Soll ich die... Warte mal. Was brauchen die? 32. Das kannst du schon vergessen quasi. Das läuft nicht. Weil ich da mehr als Level 20 sein muss. Also ihr habt ja gerade gesehen hier, oder? Vielleicht war es ein bisschen zu schnell. 32 Stärke und 18 Beweglichkeit braucht das Ding. Ich habe aktuell 10 Beweglichkeit und 16 Stärke. Sprich, ich bräuchte dafür noch gute 24 Level. Das geht von vornherein nicht. Ja, und mit einem Zweihänder könnte man bei mir zumindest jetzt schon mit Level 13 anfangen. Mit Level 13 würde es da direkt schon rund gehen. So, ein Schmetterling jetzt machen. Das könnte man machen. Ich probiere gerade mal, ob ich den hier schaffe. Aber ich klub es eher nicht so. Weil der doch schon etwas mehr aushält. Ja, zweihändig, ja. Vergesse ich, wie gesagt, immer wieder. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Denn im Let's Play wäre es jetzt ein bisschen doof. Okay. Öl, Sabe. Aber der Held hat schon was gegen Feuer irgendwie. Das ist ganz geil. Ich bin noch nie pariert. Ich habe ganz selten bis gar nicht pariert. Von daher war das so ein bisschen doof. Wir bräuchten auch mal die... Ah, scheiße. Auch die Chaosflamme. Also die Chaosglut. Weiß... Weiß gar nicht, wo es die gibt, ey. So, warte. Ich nehme gleich zwei Händen. Oh, 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 oh. Ja, vielleicht lassen wir den doch erstmal. Okay. Das ist sehr... verwirrend hier gerade. So, komm. Meine Fresse, ey. Ich habe mich ja auf was eingelassen, ey. Ich habe mich echt auf was eingelassen. Digga... Was? Ich habe doch keine Fat-Roll, ne? Also gerade nicht. Ich kann gerade nicht so den Chat lesen, weil ich mich hier gerade ein bisschen konzentrieren muss. So, die Hälfte hat er noch. Was ist jetzt? Was war denn das jetzt? Ist er gestagert worden, oder was? Scheiße, ja. Da habe ich mich jetzt nicht weggerollt. Ach, kacke. Ah, na, 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 na. Okay. Na ja, gut. Probieren wir den anderen mal. Ich mache jetzt erstmal, glaube ich, die Gargoyles. Das wird ein Spaß. Na ja, das Ding haben wir jetzt auf jeden Fall hier schon mal gerettet. Das Leuchtfeuer. Äh, dann sind wir ja direkt bei den Gargoyles. Was ja schon ganz geil ist. Ja, eine Mid-Roll habe ich, genau. Ähm, muss ich mal gucken. Wo stand das? Da oben. Muss ich nicht eigentlich eine Fast-Roll haben sogar? Ne, nicht ganz. Ja, gut. Okay. Ja, den machen wir später dann irgendwie. Müssen wir mal gucken. Wir machen erstmal, dass wir ein paar Seelen zusammenkriegen. Ja, ich werde auch sowieso auf Fast-Roll gehen. Ähm, spätestens mit dem Ring von Habel kriegen wir das ja auch hin. Ähm, ohne Probleme. Von daher ist das eigentlich ganz gut. So, wir brauchen nochmal eine neue Waffe. Das wäre halt auch ganz geil. So, gehen wir mal kaputt. Wir machen halt absolut keinen Schaden aktuell. So, weg, weg, weg. Er lebt immer noch. Was brauchen dieses Rapier? Was diese... Ähm, wie heißt denn der? Nicht dieses Rapier? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Diese Ultra... Dieser Ultra-Degen da, die gleich diese Ritter hier haben. Die hier links stehen. Oder? Das Vieh kommt gleich hier, das weiß ich. Warte, ich zeige es euch da hinten. Wie heißt denn das Schwert, was die haben? Das habe ich ewig lang bei Zennens Castle gefarmt. Weiß aber gerade nicht mehr, wie es heißt. Das könnte man auch machen. Äh, die Waffe ist ja auch Ultra. Das wäre schon ganz cool, wenn wir die hinkriegen. Genauer, genauer, genauer. Das Balder- oder Belder-Blader-Schwert. Das wäre halt ganz cool. Da könnte man halt auch irgendwie drauf hinarbeiten. So, komm mal her. Der hält ja nicht viel ausglücklicherweise. Gerade mit Supiro-Zeugs ist der furchtbar easy. Der würde uns, glaube ich, mit einem Schlag kaputt hauen. So, aber nicht. So, kleine Scherbe. Da hinten gibt es noch das Ritterschild. Das braucht man nicht unbedingt, glaube ich. Und Balder-Schild, ja. Das habe ich halt noch nie genutzt. Das droppt auch er. Auf jeden Fall. So, hier gibt es dann noch eine Feuerhüter-Seele, beziehungsweise unsere erste. Die ich, glaube ich, im ersten Run einfach mal genutzt habe. Weil ich nicht wusste, wo es ist. Oder was es dafür ist. Nee, ich spiele PC-Version. Ja. Oh, da ist der Zauberer. Ja, der mich von oben direkt mal trifft hier. Ist natürlich doof, dass wir jetzt gleich zwei an den Hacken haben. So. Nee, die kommen ja auch nicht her, oder was? Na, komm. Aber, aber, aber. Wir machen halt echt keinen Schaden. Wenn jetzt das Balder-Schwert hier tropfen würde, das wäre schon ein kleiner Segen. Drei, Leute. Yo. Am Arsch. Am Arsch, ey. Echt. So, einfach mal probieren zu zaubern. Läuft nicht. Lass mal einfach mal einen wegkriegen vielleicht. So. Und? Reicht das? Jawohl. Ah, 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 ah. So. Okay. Der ist down. Haben wir nur noch einen. Läuft. Den können wir backstabben. Naja, wenn es klappt. So. Backstabben. Läuft. Ah. Aber das glaube ich halt nicht, dass es hier jetzt gleich droppt. Das wäre, das wäre zu viel Glück. Balder Rüstung. Naja. Das wäre zu viel Glück, wenn das jetzt hier schon kommen würde. Da würde ich mir erst abräumen. Auf jeden Fall. So. Was haben wir denn eigentlich alles ausgelassen? Wir haben im Prinzip alles ausgelassen. Alles haben wir ausgelassen. Taurus-Dämon. Ja, Taurus-Dämon. Kommt ja glaube ich nichts anderes vorher, ne? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, Block halt. Alles weg, ey. So, komm her. Balder Schild, 12 Stärke und mein Lieblingsschild. Okay. Ich hab halt immer, was hab ich denn immer genommen? Das Silberschild hatte ich eine Zeit lang. Auch ganz cool. Also auch die Silberrüstung im Allgemeinen hab ich auch oft genutzt. Glaube ich in fast jedem Run. Ja, geil. Ja, läuft. Das läuft, ey. So. Hör auf einfach mal zu trinken. Das ist auch ein bisschen zu eng hier für mich. Und dich. Bums. Schön durch die Wand schieten hier. Alles klar. Ja, wenn das so was jetzt kommen würde, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Einfach zu schön. Haben wir denn überhaupt wir haben ja noch nicht mal das Sein. Wir haben das Sein nicht mal mehr. Wo kriegt man das denn nochmal? Ach so, von Dingens kriegt man das doch. Ja, stimmt. Von dem guten Sunbro hier. Also nicht dem Sunbro, sondern Sulea. So. Jetzt müssen wir die irgendwie... Scheiße. Die müssen wir irgendwie jetzt wegkriegen. Nein! Oh, kacke. Das war doof. Das war doof. Ja, so viel Glück hatte ich nie. Ich habe es auch nur einmal gefarmt, muss ich sagen. Ähm. Beim... Wo habe ich denn das gefarmt? Beim Swap Weapon Mod? Nicht. Beim Acro Mod, glaube ich, habe ich das gefarmt. Und da habe ich garantiert... Weiß ich nicht, wie viel. Weiß ich nicht. Ganz, ganz viel. Hatte ich da gefarmt. Aber es hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert. Hinter dem Taurus, genau. Ja, auf der Brücke dann halt, ne. Wo der Drache kommt, ist ja Sulea das erste Mal. Und ich bin halt nur nie den Weg hier gegangen, dass ich einfach mal Taurus, Dämon, alles auslasse. Von daher... Ist das jetzt so ein bisschen neu. Das ist wohl... Ne, das nicht dauern. Siehst du, wie viel Schaden wir machen? Das ist unglaublich. Ja. Da war die Ausdauer weg. Ja, die machen zum Glück noch wenig Schaden. Aber ich mache genauso wenig Schaden. Also das Problem. Alles klar. So. Den noch, sonst macht er irgendwie früher oder später Probleme. Ich kenne den noch. So. Wups. Ja. Ich habe auch eine Ausdauerleiste des Herrn. Einfach krass. So. Dann. Müssen wir mal gucken. Die kommen jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich nicht unbedingt da hinlaufe. Okay, gut. Dann haben wir da die Abkürzung zum Schreien. Das könnte man auch mal machen. Wo ist denn der Schutz... Oh. Jetzt habe ich gerade auf den Chat geachtet. Scheiße. Wo ist denn der Schutzring, äh, Schissbox? Welchen meinst du denn? Also ich bin mir, wie gesagt, äh, so, was Item, Sachen, ich bin mir da alles nicht mehr sicher, was Dark Souls 1 angeht, wo die Sachen alle liegen. Von daher musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Welchen Schutzring du meinst? So, komm her, komm her, komm her. Scheiße. Habe ich mein Schild um mir? Ich sehe auch immer so viel hier. Ah, das ist ein Traum. So, ich mache jetzt erst mal so hier, trinke was und dann... Ah, ah, geh kaputt. Ah, scheiße, ey. Ja, die Aufreger und Ausraster, die kommen, glaube ich, früh genug, ey. Früh genug. Momentan ist es... Was? Er hat mich selbst... Oh. Der macht ja einfach hier selbst einfach mal einen Parry auf mich. Das habe ich auch noch nie erlebt. Was geht denn mit dem? So, die Seen sind auf jeden Fall gerettet. 2200. Noch brauchen wir sie, ja. Noch, äh, ist es ganz gut. Bei Ritter... Ritter Lautrak dauert noch ein bisschen. Ach so. Ja, dann, dann. Dann muss ich auf jeden Fall früh genug reagieren. Dass ich, äh, dass die Alte nicht stirbt. Ähm, vorher kriegt man den ja, glaube ich, ne? Dann muss ich den nicht so töten irgendwie. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, ich logge die jetzt erstmal alle hier ein bisschen runter. Dann haben wir da vielleicht ein bisschen Ruhe. Die hasse ich halt wie die Pest, die Viecher. Weil die sind so aggressiv und die sind so unberechenbar. Und dafür machen sie halt mir aktuell noch ein bisschen zu viel Schaden. Vor allem in der Masse ist es recht krass. Wieso kommen denn die jetzt von da? Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Scheiße. Okay. So, komm her. Warte, warte. Warte. Na komm. Ja. Nicht ganz optimal, aber hat geklappt. Der Loudrack ist hier, wo ich gerade bin. Ist der nicht später, also Loudrack ist ja später bei der Feuerhüterin. Oder, also schreibt mal genau, wo der aktuell ist, der Loudrack. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich habe den erst später gesehen. Von daher kann ich das jetzt gar nicht, äh, gar nicht sagen. Scheiße. Ja, das hat ja wunderbar geklappt. Okay, weg, 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 weg. So, der hält nur zwei Feuerbälle aus. Das ist schön. Dann kommt der zumindest nicht mehr wieder. In der, ach so, stimmt, der ist ja hier. Ja, du hast vollkommen recht. Ich erinnere mich. Dann gehe ich gleich mal vorbei an dem, äh, bei dem Kerl. Ja, da bin ich auch, glaube ich, nur ein einziges Mal gewesen. Jetzt muss ich auch mal gucken. Nee, Feuerhüterin noch nicht daum. Noch nicht, Möwe. Grüß dich. So, die Treppe hoch und dann rechts halten. Okay. Hier ist, glaube ich, schon zu spät. Oder, warte mal, ganz hoch, da kommt ja schon der Boss, ne? Ja, genau, das ist zu hoch. Jetzt muss ich mal gucken. Treppe hoch und dann rechts halten. Ja, das ist ja die Treppe. Und dann eigentlich rechts halten. Hier gibt's ja nur unsichtbare Mauern, zum Glück. Oder ist das... Ich meine, mich zu erinnern... Achso, ja, hier war das, genau. Hier kommt man hin. Da ist auch noch so ein Balder-Typ. Ja, der Chat, der regt sich quasi gerade immer noch auf. Du musst doch recht lang laufen. Bei mir, also das ist... Ich bin nicht doof und der Chat kommt halt immer so 25 Minuten... Äh, 25 Sekunden später. Deswegen kann ich immer auf eure Kommentare mal ein bisschen später antworten. Geht halt nicht anders, leider Gottes. Deswegen. Also, ich achte schon auf den Chat, aber der komische Delay kommt mir da so ein bisschen nie queren. So, Dösebem. So, weg, 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 weg. Uäh. Mensch, stirb da einfach mal. So. So. Bäm, ins Gesicht. Ja, die Treppe. Ich sage immer Treppeleiter. So. It läuft, it läuft. Alles klar. So. Dann weiß ich gar nicht mehr genau, was er jetzt zu sagen hat. Der lau Dreck. So. Bei 25 Minuten Delay habe ich die Spie schon durch. So sieht es aus. So, soll ich den jetzt eigentlich töten, direkt? Soll ich den jetzt direkt töten? Schreibt mir das mal bitte in den Chat. Das wäre sehr hilfreich. Ich bete drauf und dran. Man kriegt ja nur den Ring, wenn man den direkt tötet, ne? Aber ich muss das mal kurz warten, weil Delay Delay des Dingenskirchens. Ich kann ihn befreien. So, jetzt habe ich ihn befreit und jetzt ist er ja so. Ja, schreibt, ich muss los. Bye, Ariel. Ja, macht's gut, lieber Sunbro. Viel Glück beim Dingenskirchen. Nein. Du musst schon mal einen Satz antworten, Möwe, Alter. Das gibt's ja nicht. Nein. Ja. Nein. Doch, kannst du. Lol, hast du. Ja. Ich habe ihn befreit, ja. Der tötet ja später dann die Sun... Ne, Sunbro, Alter, ja. Diese Feuerhüterin, Alter. Ich töte den jetzt einfach, wenn ich es schaffe, ne? Ja, ich kriege den aber auch so. Ich will ja, dass die Feuerhüterin überlebt. Ich bin ja ein Netter, ne? Ich weiß ja, dass der böse ist. Dann soll... Ach so, okay. Dann gehe ich zum Feuerbanschrein. Nein, warten. Und dann an den Feuer... Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal in den Feuerbanschrein. Wir müssen dann sowieso nochmal hierher. Okay. Jolt. Dann gibt's den Ring vielleicht vorher gar nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Haben wir hier irgendwie Items, wo wir uns zurück teleportieren können? Nö.